Tag, servus und hallo zum Donnergurgler. Hier geht es wieder um die Dinge, die kein Mensch braucht, aber trotzdem Spaß machen. Ich habe mal wieder einen Haul. Wenn ich schon nicht zum Klemmen komme, dann zeige ich euch zumindest, was ich gekauft habe, damit der Peilaufschein größer wird. Wie gesagt, momentan alles sehr eng in meinem Leben, was Zeit betrifft. Von daher kommen Videos immer noch sehr unregelmäßig. Und auch mein Vorsatz, dieses Jahr weniger zu kaufen, funktioniert ganz gut. Vielleicht auch für mich persönlich zu gut. Und meistens kann ich mich davor abhalten mit, da steht nicht Star Wars drauf. Denn wie ihr wisst, ich komme eigentlich aus dem Star Wars Sammel Vintage Bereich und merke jetzt immer mehr, wie es auch bei den Klemmbausteinen mich das Thema Star Wars einfach am meisten interessiert. Neben Häusern ein paar anderen Sachen. Aber wenn ich was von Lego kaufe, steht sehr oft mittlerweile Star Wars drauf. Und ich habe die Black Week schon ein bisschen genutzt und bin auch auf einen Scam reingefallen. Ich habe Snake Mountain von Mega geteilt gehabt im Community Beitrag. Das war tatsächlich ein Scam-Shop. Der wirkt nicht 100. Ich bin gespannt, ab was kommt, aber ich fürchte, die 105 Euro kann ich abschreiben. Dann habe ich meine Kreditkarte mal gesperrt. Und ja, das erste Mal drauf reingefallen, sah leider sehr echt aus. Und auch die Preise waren so, dass man denkt, ja, Angebot könnte funktionieren. Aber blöd gelaufen. Ich würde sagen, auch wenn hier Lego steht, im Prinzip habe ich nichts bei Lego direkt gekauft. Der Plattenspieler triggert zwar sehr, aber ich weiß gar nicht, was ich für 250 Euro von Lego haben möchte. Ich habe federfünzen Miss-Toys. Da gab es jetzt immer wieder die Aktion ab 100 Euro, 10 oder 15 Euro Nachlass. Und da habe ich ein, zweimal zugeschlagen. Einmal habe ich es mir mit Moritz geteilt, einmal noch selber. Und dann noch ganz viel für die Neff und für Weihnachten besorgt. Da konnte man auf einige reduzierte Sätze ganz gute Deals machen. Ich zum Beispiel in diesem Paket mit drin war der hier. Der kam mir dann auf knapp 18 Euro. Und ja, die City-Figuren, wenn ich einzeln kaufe, dann komme ich aufs Gleiche oder fast. Von daher, Star Wars habe ich mich bisher zurückhalten können, aber der musste her. Dann, wie groß das Opfer ist. Das Star-Wars-Opfer zeigt dieses Buch hier. Da ist nämlich auch eine 25 Jahre Darth Maul-Figur drin, die hinten den Druck drauf hat. So, da hinten ist der 25 Jahre Druck, auch wenn man ihn jetzt gerade nicht ganz sieht. Das ist der ursprüngliche Darth Maul jetzt mit Backprint. Und dann habe ich mir noch so eine Fliese bei Bricklink mitbestellt, damit der auch draufsteht. Ja, und dafür kauft man ein Buch. Das ist ganz witzig, weil im Buchhandel kostet es 25 Euro und bei Amazon kriegt man es für 19,90 Euro. Ich weiß nicht, ob es mit Deutsch-Englisch zu tun hat. Ich habe noch nicht geguckt, ob im Buchhandel die auf Deutsch ist, denn eigentlich gibt es ja eine Buchpreisbindung. So, was haben wir noch? Machen wir erst das Lego, dann haben wir das weg. Die Star-Wars-Sachen kann ich schon mal sagen. Ich habe bei Ebay für 65 Euro, oder so rum, erst habe ich den bei Amazon bestellt. Amazon-Warehouse-Deal für 71 Euro kam an, war schon mal aufgerissen. Warehouse-Deal kann passieren. Reingeschaut waren wirklich alle Tüten, wo Figuren drin sind, waren gerupft, wieder zugeklebt und zurückgeschickt. Habe ich wieder zurückgeschickt. Und eigentlich krass, dass Amazon sowas übers Warehouse wieder rausschiebt. Weil ich glaube, den Trick sollten Sie mittlerweile kennen, dass sich viele Leute, oder dass es ein komischer Zustand ist, dass sich Leute die Sets holen, sie teilweise mit dem Föhn aufmachen, die Figuren picken und wieder zurückschicken. In dem Fall war es einfach nur mit Tesa zugeklebt. Ja, dann habe ich es aber bei Ebay gefunden, bei einem Händler 65 plus Porto. Und das geht jetzt vom Markt, drei exklusive Figuren, die man haben will oder muss, je nachdem. Und freue ich mich drauf, ist jetzt eigentlich nicht das Megaset, aber die Figuren sind wieder das, worum es hier geht für mich. Das war das, ich stelle mal diese Titel hier runter, dann habe ich etwas optimierter Platz. Mit dieser Bestellung habe ich mir, und da gab es für einen Fünfer noch, das GBP, ich glaube sogar von diesem Jahr, ich habe es glaube ich einmal, habe ich festgestellt, diese Münze mit dem X-Wing da, habe ich mir für einen Fünfer jetzt einfach mitbestellt. Da hat man zwei, kann man machen. Dann, gab es bei Smith in diesem Angebot dann noch den Bob, Jedi Bob, ja, auch ein Set, was man nicht unbedingt braucht, aber für den Preis habe ich es dann irgendwie eingepackt, damit die 100 Euro voll werden. Den hier habe ich bei Alternac geschossen, da gab es den für 16 Euro inklusive Porto. Dann, ja, Ferrari kann man immer bauen, F40 auch, wenn ich ihn, ja, bauen wir erstmal, bevor wir meckern. Und ein Set, wo ich jetzt schon zweimal angeguckt habe und immer gesagt habe, das fällt noch weiter, das fällt noch weiter, uns beinahe für 125 gekauft hat. Und dann kam ein Angebot mit diesen, wenn man es für, mit diesen 15 Euro, das hat dann glaube ich 118 Liste gekostet, minus die 15 Euro. Ich glaube, jetzt habe ich 103 Euro oder so bezahlt bei Smith Toys. Immer noch happig für das Set, aber ich glaube, einen besseren Kurs wird man für das nicht mehr bekommen. Ich glaube, es bleibt noch ein Jahr am Markt, wenn ich es richtig gelesen habe oder es ist noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall freue ich mich sehr jetzt auf das Gunship für einen, ja, wie ich finde, guten Kurs, das war der Adventskalender, guten Kurs geschossen zu haben. Jetzt haben wir noch Pantasy, habt mir was geschickt. Das Video sollte jetzt am Wochenende, am Sonntag kommen, hoffentlich. Das ist schon leer, die Schachtel, da baue ich gerade dran. Ja, der Taxi, viele, viele Drucke, auch ganz wenige Prints, wo man mal noch gucken muss, für was man die braucht. Ich bin gerade so mittendrin. Und habe schon einen Fehlguss, hatte ich bisher noch nicht, glaube ich, bei Pantasy, aber ein Fehlguss. Ein Technikteil, was nicht fertig gebaut wurde. Man konnte es trotzdem weiterbauen, das war ganz okay, weil das Teil hätte ich in der Farbe zumindest nicht gehabt, aber ja, kommt überall mal vor. So auch bei Pantasy, Pantasy hat einen ganz guten Service, von daher, ja, da sind eigentlich noch andere Sets oder ein anderes Set auf dem Weg, aber das ist irgendwie im Amazon Warehouse, weiß ich noch nicht. Und auch mit Funhole hat sich auf einmal wieder gemeldet, da gab es Spam-Probleme, da, schauen wir mal, es kommt wohl auch was. Weiter nicht das, was ich haben wollte, sondern was anderes. Dann habe ich jetzt endlich zugeschlagen für, ich glaube dann 35 Euro irgendwas bei Amazon, der Audi Quattro, der Urquattro, freue ich mich drauf. Und was ich aber schon gesehen habe, ist, was beim Dodge dabei war, was hier leider fehlt, ist so ein, da gab es so eine Bühne, wo man das Auto draufstellen kann. Das fehlt hier leider, finde ich sehr schade, hätte gut getan. Dann, ein Mock muss ja auch sein, ohne ein Mock, kein Donnerburger Hall, so gefühlt, auch wenn ich gerade noch immer an den Oso Young und den V-Break-Time baue, aber das war klar, dass das ein paar Monate läuft. Da mache ich immer eine große Runde und dann habe ich da Steine, mit denen ich bauen kann. Lässt ja neue Schachteln und gefällt mir, wobei, das ist einfach nur ein Aufkleber. Vielleicht ist es einfach auch, weil es wirklich groß ist, dass wenn es schon gebaut wäre oder sortiert wäre, aber ich zeige euch kurz, was das ist. Mal was ganz anderes. Ich habe mir eine Yacht kommen lassen. Bin ich sehr gespannt, diese Minifiguren, Scale. Ich habe von dem Mocker noch nie was gebaut, Mr. Wills. Und das Ding sieht cool aus, finde ich. Ja, ich finde, das hat richtig viele Einrichtungen. Ich kann es euch mal noch hier zeigen, da sieht man es ein bisschen besser bei Rebrickable. Also, da ist einiges geboten mit 4.367 Teilen, hat man auch gut was zu klemmen. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass ich das noch vor Weihnachten hinbekomme. Ansonsten bei Lästi gibt es natürlich, wie bei allen anderen, gerade auch Black Week, Black Friday Angebote. Ich glaube, bei Lästi sind es 20%. Die kriegt ihr aber theoretisch immer mit meinem Code. Von daher freue ich mich, wenn ihr Affiliate-Links benutzt. Und ja, ich klemm ein bisschen, wenn ich dazukomme und hoffe, dass vor Weihnachten noch ein paar mehr Videos kommen und nicht nur Holz. Ich hatte jetzt schon überlegt, ob ich mit euch die neuen Ligo-Sachen durchgehe, aber das machen wir einfach am Freitag beim Klemmbausteiner Untergrund. Und dann hoffe ich, ist irgendwas dabei, auf das ihr Bock habt, was demnächst kommt. Wie gesagt, der sollte jetzt am Wochenende kommen, am Sonntag. Und eine schöne Zeit wünsche ich euch. Und kauft nicht zu viel bei Black Friday oder nur, was ihr euch leisten könnt. Das war der Donner-Google für heute. Lasst euch gut gehen, klemmt euch nicht die Finger ein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.